So viele Pflaster. Achso, hier hinten geht's auch. Okay. Das wird interessant. Nicht. Aber vielleicht finden wir hier einen Schleim und so. Möglich. Ah, aber ich sehe Kohle. Oh, ich steu mal ab. Ja, satt. Hast du an dem Stall ein bisschen gewerkelt. Ich habe endlich den Fernseher baut. Jetzt ist es mal in Ordnung, dass wir wieder in die Höhle gehen. Also hier sind auf jeden Fall eine ganze Menge Spinnennetzen. Ah, ich glaube hier ist ein Spinnenspawner. Das kann natürlich sein. Da gehe ich am besten nicht alleine, denn sonst bin ich auf einmal tot. Ich höre Schleim. Ich höre Schleim. Da ist ein Quaker. Ich höre Schleim. Oh nein, der kommt. Wer? Ist er bei dir? Ja. Oder was? Der Creeper, ja. Der Creeper war bei mir. Achso, der Creeper. Ich rede hier vom Schleim. Achso. Nee. Der Creeper war bei mir. Er ist besiegt worden durch meine Hand. Mal wieder. Warte mal kurz. Hier habe ich einen Körd. Ist das ein Gegner? Ein Schleim? Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ob die einen vor sich aus angreifen. Ah, ich habe ihn gerade gehört, weißt du? Und jetzt nicht mehr. Und ein Scheiß-Skelett. Schön wieder. Ah, ja. Sind wie Undkraut hier unten. Okay, da habe ich jetzt, äh... Eine Schaufel sind wohl. Und viel Kohle. Irgendwann hören wir schon wieder das Platschen von einem Schleim. Weil da kannst du endlich die Leine craften. Ja. War das schon wieder ein Skelett? Also, ich höre... Ich höre immer mal wieder eins. Ich weiß nur, dass es da... zur Lava runtergeht hier. Das ist halt gut. Ey, ja. Es wird man schon überleben. Die Lava? Ja, ja. Das heißt aber nicht, dass du jetzt reinspringst. Hopp. Hey, ich habe einen ganzen Sekt Diamanten. Hups, ich bin in die Lava gesprungen. Da hast du halt Pech gehabt. Du hast gesagt, ich könnte das überleben, aber Würdigkeit tun, habe ich es nicht getan. Komisch. Hm, hm. Oh, da unten ist die Lava. Sieht aber schick aus. Ja. Warte mal. Ah, ich habe dachte, ich hätte doch einen Schleim gehört. Da ist ein Zombie. Ja, ich bin in die Lava. Au. Aber der hat mich wenigstens in die richtige Richtung befördert. Aber die Königsdisziplin kommt erst noch. Hier wieder rausfinden dann. Da ist ein Zombie. Ansonsten buddeln wir uns einfach nach oben. Die einfache Art und Weise. Ja. Wir sollten das hier noch ein bisschen mehr ausleuchten. Wir wollen doch keine bösen Überraschungen haben. Natürlich nicht. Wo ist so ein blöder Schleim? Ich höre einen. Ich höre einen. Oh, hörst du an. Ja, ja. Ich höre einen. Nur wo ist er jetzt? Ich höre sogar sehr laut. Wo ist so ein Scheißschleim? Lass dich killen. Wo ist der? Da ist jetzt verdammt nahe. Ja, ja. Da unten ist der Schleim nicht. Nee, nee. Oh, ich sehe einen Enderman. Einen Enderman? Cool. Habe ich ihn gerade? Ach nee, ist eine Wedelermaus. Ich höre es die ganze Zeit in dem Ohr. Ah, ja, ich höre auch. Ja, und... Der ist irgendwo in der Nähe. Ach, das ist ein Zombie. Ah, ich habe einen Enderman in die Augen gestarrt. Jetzt kommt er gleich her. Ja. Ja. Ah, toll. Das war nicht klug. Okay, vielleicht auch klug. Ach, ich stelle mich zu Wasser. Enderman mag kein Wasser. Aha. Der war. Nee. Aber ich habe den Enderman nicht noch nicht. Aber ich habe, glaube ich... Nee, nichts dafür bekommen. Schade. Oder? Nee. Wo ist das schon? Okay, jetzt entferne ich mich weg vom Schleim. Da ist eine Flegermaus unten. Ich habe gedacht, ob ich da... Ist nur eine scheiß Flegermaus. Das kann doch nicht... Ah, okay, da oben ist eine Mine. Ach, ist vielleicht der Schleim in der Mine drin? Das könnte sogar sein. Warte, mache ich mal überall Licht. Ich glaube, da ist eine Mine drin. Also glaube ich jetzt gerade. Ja, weil das ist direkt über mir. Aber erst mal schauen, was hier ist. Ah, und Zombies. Das sieht immer lustig aus. Jetzt auch ich. Nö. Eher lustig. Lustig. Eher mal was anderes. Lustige Zombies. Ja, sowas gibt es auch. Walking Dead zum Beispiel. Ja, ganz lustige Zombies. Ja. Also ich will auf jeden Fall den Schleim auch killen. Wenn wir schon hier unten sind. Was ist denn das eigentlich? Ach so, Gold. Und was habe ich da vor? Ah, okay, Eisenerz. Ich weiß, ich entferne mich gerade immer weiter. Aber ich wollte einfach halt nur alles ausleuchten. Ja, okay, dann müssen wir in die Mine. Wir sind da, wo ich das Platschen höre. Und da dann... Ja, das ist noch eine Hülle, aber wenn der Nähe ist, eine Mine. Das kann keiner von uns bei den Glover fallen. Hast du gemacht? Ja. Besonders wenn man halt... So viele Erzblöcke halt gerade, oder? Dabei haben. Okay, Kohle, na ja. Das wäre jetzt kein Grund zum Rumheulen. Außer wenn natürlich wäre ein ganzer Stack Diamanten. Das wäre scheiße. So, und jetzt halt zum Schleim. Boah, ich denke gleich wieder gehört. Okay, der ist immer noch hier. Ach, da geht's runter. Okay, es ist ein bisschen größer. Höher als ich dachte. Oh, Creeper mal zwei. Nur noch einer. Lol. Sogar bei dir in der Nähe. Bei mir in der Nähe. Okay, hier ist nix. Gottes Willen, wo ist denn ein Creeper bei mir? Wahr. Was sonst? Haben wir erfolgreich gekillt. Aber ich entferne mich gerade immer weiter. Ja, weil es überall halt Kohle gibt. Und Eisen. Das ist echt so... Boah, zu viel Eisen. Ja, ich weiß, das Kies mit der Spitzhacke kaputt machen ist eigentlich unnötig. Ah, du bist gerade in der Nähe. Also direkt vor mir. Sehe ich gerade. Warum nicht hier? Was ist denn das für einer? Ich habe mich zu dir hingegraben. Also Kohle brauchen wir in nächster Zeit nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Äh, ich habe jetzt fast zwei Stacks an Kohle, hey. Ausleuchten. Da. 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 Wenn da war... Nee, ist Wasser. Wasser ist manchmal genauso schädlich wie Lava. Ja, Wasser macht nass. Kann viel anrichten, Wasser. Au. Okay, hier runter wollte ich eh. Oder? Wollte ich? Ja, ich wollte. Redstone. Ja, Redstone. Das heißt, ich bin gerade schon relativ tief. Ja, tief in der Scheiße. Weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Redstone anstelle. Ob ich überhaupt großartig viel mit Redstone mache. Hm. Das ist hier. Das ist wirklich sehr viel Kohle. Ich sage also, da haben wir die nächste Zeit genug am Vorrat. Ich weiß, da ist noch mehr. Aber ich will endlich zu dem Schleim. Ich muss jetzt erst mal komplett zurückgehen. Weil ich meine, man kann ja anders mal auch wieder hier zurückgehen von dem her. Kann ich schon, ja. Ich will zum Schleim. Und später müssen wir halt wieder zurückfinden irgendwie. Irgendwie, ja. Okay. Jetzt habe ich ihn wieder. Und irgendwo, glaube ich... Ach, hier ist noch. Redstone. Habe ich ganz übersehen. Ja, da ist bestimmt eine Mine. Und das ging... Wo gleich wieder? Ah, hier. Ach, okay. Da ist der Spinnenspawner. Ich habe ihn gefunden. Ich habe auch eine Idee, dass die scheiß Spinnen hier nicht mehr spawnen. So, ich glaube, das reicht. Ich hoffe. Ich mache zur Sicherheit... Hier und hier noch eine Fackel dran. So, und jetzt zum Schleimen. Nö. Hier hat man wieder nichts. Ich glaube eher, dass der Schleim mich trollt. Und jetzt... Ich hoffe.